Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Plotly. Heute wieder mal mit denselben Daten, weil es in dieser Reihe nicht um Daten geht, sondern um das Darstellen von Daten. Ja, ist klar, aber ich weiß so langsam ist es langweilig immer denselben Datensatz zu benutzen, es tut mir leid. Aber wie gesagt, ich will hier die Zeit für Daten zeigen benutzen und nicht um Datensätze irgendwie zu manipulieren. Ihr wisst ja, wie ihr die Datensätze manipuliert, beziehungsweise überhaupt erstmal bekommt, das haben wir ja schon gemacht. Okay, wir wollen, wie gesagt, das hier eigentlich nochmal direkt hier reinkopieren. Und was wir jetzt mit Figure 5 machen, ist folgendes. Wir bauen uns in diesem Video heute, ja, sagen wir mal Linien-Balken-Diagramme, sowas in die Richtung. Und sagen wir, es wird unübersichtlich, aber ihr werdet sehen, warum wir das auch brauchen können. Und wir fangen an mit dem Linien-Diagramm. Das kriegen wir auch wieder über Plotly Express, was wir als Px importiert haben. Das heißt Px Punkt. Und in unserem Fall, äh nicht Data, sorry. In unserem Fall ist das einfach Line. So, was ist ein Line-Diagramm? Nun, ein Line-Diagramm braucht erstmal natürlich den DataFrame Satz, beziehungsweise DataFrame 5, sorry. Und, ähm, wir wollen hier jetzt auch was abtragen. Das heißt, wir haben einfach eine X-Linie und eine Y-Linie. Ist sehr, sehr ähnlich wie der Scatter-Plot. Und, ähm, hat auch ähnliche Funktionen tatsächlich. Das heißt, wir können hier einfach das Jahr unten abtragen. Ja, also sowas wie Year, ups, Year, können wir unten auf der X-Achse abtragen. Und Y machen wir nochmal die Lebenserwartung, also Live-Exp. Und die Farbe, die nehmen wir jetzt einfach mal über den Kontinent, weil das Land wäre jedes einzelne. Das heißt, jedes einzelne Land wird hier abgetragen als eine Linie. Ups, das heißt, wir machen das Ganze als Line-Group und zwar basierend auf Country. So, und wenn wir drüber hauern, das ist die letzte Sache, die wir hier noch einstellen wollen direkt am Anfang, dann ist das der Country ebenfalls. Und, ja, diese Optionen kennt ihr eigentlich mittlerweile so ziemlich alle. Es wird gruppiert nach Country. Gut, okay, ich meine, jeder einzelne Datensatz ist quasi ein Country. Ähm, aber wir haben natürlich auch die verschiedenen Jahre und die wollen wir auf der Achse abtragen. Wenn wir das laden, sieht das Ganze erstmal so aus. Das heißt, hier drüben haben wir die 1950er Jahre, hier hinten haben wir 2007. Ja, das wird unten nicht mehr dargestellt, leider. Aber wir sehen grundsätzlich einen Trend, okay. Wir sehen relativ genau eigentlich, wo wir sind. Ähm, wir haben hier definitiv die ganzen Länder soweit abgetragen. Es ist nur nicht ganz so einfach, hier die ganzen Länder auch wirklich zu hauern, weil es einfach so viele sind. Und, ähm, wir haben hier auch die Life Expectancy. Und wir sehen hier, tatsächlich in Norwegen ist die Life Expectancy am höchsten gewesen. Und heutzutage ist sie in Japan am höchsten. Beides schöne Länder, habe ich mir sagen lassen. Hehehe. Ähm, ja, leider war ich in keinem davon bisher. Aber wir sehen auch hier unten, in Afghanistan ist die Lebenserwartung sehr, sehr gering. Und, äh, sie ist immer noch nicht wirklich hoch. Aber, ja, gut, wir hatten hier unten auch mal einen richtig harten Einschuss und so weiter und so fort. Was genau will ich jetzt hier mit zeigen? Warum würde ich sowas zeigen wollen? Nun, ähm, der Punkt ist, ihr könnt an diesem Liniendiagramm relativ schnell erkennen, ob irgendwo Outlier dabei sind. Und nein, es ist natürlich nicht so sexy wie dieses Ding hier, wo man einfach was zeigen kann in Animationsform, ja. Das ist, klar, natürlich ist das lang nicht so geil wie das. Aber ihr könnt hier relativ direkt sehen, wie sich das im Laufe der Zeit eigentlich verändert. Und hier sehen wir auch genau das, was wir bei dem hier immer nur durch das Abspielen der Diagramme sehen konnten. Also, klar, wir haben es hier auch gesehen. Aber hier haben wir jetzt direkt den Zusammenhang, boom, hier ist irgendwas in Kambodscha passiert. Im Jahre 1977. Da war die Lebenserwartung auf ein bisschen über 30 Jahren. Das ist so schlecht wie in keinem anderen Land in diesem, äh, in diesem Zeitraum. So, und hier sehen wir einen richtig harten Einsturz von Rwanda, keine Ahnung. Und hier sehen wir generell auch einen Absturz bei Zimbabwe und so weiter und so fort, bei Swaziland oder Swaziland, keine Ahnung. Ähm, das sehen wir hier tatsächlich direkt. Das heißt, wir haben hier den zeitlichen Verlauf viel, viel detaillierter gezeigt. So, und was wir jetzt natürlich auch machen können, ist, wir können hier reinzoomen und können uns die ganzen Linien separat angucken und dann vielleicht nochmal reinzoomen, etc. Das kennen wir ja mittlerweile alles. So, jetzt will ich euch allerdings noch was anderes zeigen. Und zwar, ihr könnt hier, lasst mich das, oh, ja, ups, das war nicht der Plan. Ähm, das war die falsche Taste, weil ich Fettfinger habe. Es tut mir sehr leid. Okay, ähm, lasst mich das mal eben so hinpacken und das Ganze ein bisschen ordentlicher machen. Und wir wollen jetzt hier noch eine weitere Sache reinpacken. Und zwar sagen wir Line Shape. Und hier können wir bei der Line Shape einen Spline einbauen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Splines sind. Äh, das kennt man aus dem CAD vielleicht ein bisschen. Und zwar sind das, na, was ist da los? Also, ich habe den, äh, ups, sorry. Äh, ja, Splines. Soweit, ähm, das sind quasi so Verschwingungen. Also, ich zeige euch das sofort, wie es aussieht. Allerdings könnt ihr es nicht ohne den Render Mode ändern. Ähm, normalerweise habt ihr nur Linear. Das ist das, was wir jetzt gerade hatten. HV, VH, also Horizontal, Vertikal und so weiter, ähm, was wir allerdings nicht haben wollen. Wir wollen, wie gesagt, hier Splines haben. Und deswegen müsste ich hier den Render Mode SVG eintragen. Das sieht dann so aus. Machen wir das mal zu. Ich glaube, das hatte ich gerade. Ja, genau. Okay, also, ähm, was hat sich geändert? Nun, wir sehen hier, dass diese ganzen Dinger hier geschwungener sind. Warum ist das so? Ähm, naja, ganz einfach. Weil wir hier jeweils die Daten haben. Wir wissen, was für ein Punkt im Jahre 1997 ist. Wir wissen, was für ein Punkt 1992 war. Ähm, das heißt, wir wissen hier, okay, von 23,599 Jahren ist das Ding auf 36,087 Jahre hochgegangen. Ähm, und, ähm, wir wissen aber auch, dass es davor hier oben war irgendwo. Das heißt, wir können diese Sache angleichen. Weil es ist sicher nicht nur in diesem Jahr so gewesen, sondern halt vorne dran, hinten dran. Das hat sich sicher ein bisschen verteilt. Das heißt, so wäre das sehr viel akkurater. Und, ja, so sieht das deutlich realistischer aus, wenn man das ein bisschen zumindest so smootht. Ja, außerdem sieht es besser aus. Und, ähm, ja, es ist immer noch viel zu viel Daten, das gebe ich zu. Aber es ist zumindest mal was, wo man es erkennen kann. Wir sehen hier auch wieder eindeutig, dass Afrika, äh, nicht so gut dabei ist, wie wir das gerne hätten. Selbstverständlich kann man hier auch nur eine einzelne Linie abdrucken, ja. Das ist jetzt hier ein relativ komplexer Graph schon geworden. Wenn ihr allerdings nur Daten für ein einzelnes Land habt, ist klar, dass das auch funktioniert, okay. Das heißt, ihr könnt hier einfach hergehen und zum Beispiel können wir hier sagen, Punkt Query. Ähm, und wir wollen zum Beispiel als Country nur Deutschland haben. Also Country gleich gleich, äh, Germany. Germany. So, muss ich hier das Ganze noch reinmachen. Ja, ich weiß, mit Query geht's auch. Man kann sehr viele Möglichkeiten hier das Ganze so zusammenfassen. Ich wollte euch nur eine andere Variante noch vorstellen. Falscher Bildschirmkolleg. Und, äh, ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn wir das in einem einzelnen Line-Diagramm haben. Also wir gehen hier quasi von, äh, von 67,5 auf die 79,406 hoch im Jahre 2007. Und wir sind, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter hochgegangen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, sehen wir dann natürlich nur das eine Land. Das ist klar. Aber so kann man natürlich dann auch die einzelnen Länder schön darstellen, falls ihr das mal braucht. Äh, wie man das Ganze speichert, das habt ihr ja zumindest schon teilweise mitbekommen. Okay. So, nehmen wir an, ähm, ihr habt als, äh, oder wollt nicht unbedingt das Land haben, sondern ihr wollt den Kontinent, äh, Kontinent, genau, Kontinent haben. Und sagen wir hier mal Europe dazu. Ähm, und dann wollen wir hier nicht die Color auf den Kontinent setzen, sondern wir wollen die Color auf den Country setzen. Selbstverständlich ist das auch eine Option für euch. Dann sieht das Ganze so für euch aus. Und zwar, dann kriegt ihr halt einfach die ganzen Länder aus, ähm, aus Europa einfach abgedruckt. Das heißt, wir sehen hier, Türkei hat am Anfang, ähm, also im Jahre 1952 eine ziemlich schlechte Lebenserwartung mit, gerade mal ein bisschen über 43 Jahren. Während hier oben Norwegen, Island und Niederlande schon echt gut dabei waren. Und Schweden war damals auch schon sehr gut dabei. Dann kommt Dänemark, Schweiz, ja, ähm, und Deutschland ist hier irgendwo. Ähm, und am Ende sehen wir hier Iceland und Switzerland sind ganz oben. Das ist natürlich auch gut zu wissen, wo man hinziehen möchte irgendwann mal. Okay, ähm, aber kleiner Spaß am Rande. Wir sehen hier natürlich immer noch, welches Land vielleicht in Europa am meisten Förderung braucht, was, keine Ahnung, Gesundheitssystem oder sowas angeht und welches die besser aufgestellten Länder sind. Keine Ahnung, ihr wisst, was man damit alles machen kann. Man muss es halt interpretieren, ja. Das sind alles Interpretationen, die wir hier aus diesen Daten rauslesen. Aber solche Graphen helfen uns halt dabei. Und genau, deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir die Graphen auf verschiedene Arten interpretieren, weil man es natürlich auch irgendwie sehen muss. Also ich meine, hier, das sieht schon ziemlich gleich aus hier. Ja, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Als kleine Alternative zu dem Line-Plot, den wir hier gemacht haben, möchte ich euch ganz kurz noch den, ähm, den Area-Plot vorstellen. Das ist quasi genau dasselbe, nur mit einem kleinen Unterschied dabei. Ähm, ich zeige euch den mal eben. Ähm, wir haben hier natürlich dann keinen Line-Plot mehr, sondern einen Area-Plot. Und ich starte das direkt mal, wobei wir den Render-Mode gleich noch umstellen müssen. Genau, ich dachte doch gerade, das kann nicht funktionieren. Ähm, also Render-Mode muss raus und Spline wird auch nicht funktionieren. Eigentlich sollte das nicht funktionieren. Funktioniert doch. Wunderbar, okay, also hier brauchen wir keinen Render-Mode SVG. Ähm, aber es hat auf dem falschen Bildschirm aufgemacht. Sekunde. Also, äh, wenn bei euch der Render-Mode nicht funktionieren sollte, dann wisst ihr jetzt, was passieren sollte. Ähm, wir haben hier allerdings eine sehr seltsame Live-Expectancy, nämlich eine von über 2000. Äh, das sollte natürlich nicht sein. Ja, das ist, ja gut, okay, das ist, vielleicht die Lebenserwartung ist hier nicht das Beste, weil die Dinger natürlich immer das unten drunter aufsummieren. Okay, das heißt, ähm, hier wird immer aufsummiert, was sozusagen wo ist. Und, äh, mit dem Kleinsten wird angefangen, das ist sozusagen die Grundlinie und dann wird oben drüber ein, ähm, immer das, das draufgelegt sozusagen. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt eine Summe. Ähm, das heißt, Lebenserwartung, hier nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Habt ihr eine Idee, was gut sein könnte? Natürlich, die Population, dann kriegen wir direkt die Population in ganz Europa mit. Und das sieht dann, was ist denn hier los? So, das kriegt dann man natürlich hier auch mit. So, ähm, was ist hier passiert? Nun, wir haben hier unten die Population von Albanien, dann addieren wir die von Australien, äh, Australien, genau, von Österreich drauf, dann addieren wir die von Belgien drauf und so weiter und so fort. Und irgendwann landen wir halt bei den größeren Kollegen, die eigentlich angezeigt werden sollten. Hier, Deutschland zum Beispiel, ähm, Frankreich, dann haben wir hier Griechenland, Irland, äh, Italien, Norwegen und so weiter und so fort. Und wir sehen hier eben, wie sieht die Bevölkerung oder wie sieht der Bevölkerungswachstum in ganz Europa aus? In Abhängigkeit natürlich von der Zeit und mit den Ländern farbig einsortiert. Das heißt, welches Land fett gewachsen ist, das kann man hier relativ direkt sehen, ist Türkei. Äh, die haben am Anfang hier relativ wenig Population gehabt, während die anderen Länder sind nicht mehr so krass angestiegen. Also jetzt hier vielleicht, Germany ist noch ein bisschen angestiegen, das sehen wir hier, ähm, aber die anderen Länder sind hier relativ flach geblieben. Da hat sich nicht mehr so viel getan, wenn wir das mal vergleichen. Also Griechenland 7,7 Millionen, hier am Ende sind es 10, irgendwas Millionen, ist nicht wirklich jetzt wahnsinnig viel, aber Türkei hat halt von 22 auf, ähm, 71 Millionen aufgestockt, ja, das ist, das ist mehr als das Doppelte. Und das kann man hier aus diesem Plot wunderbar rauslesen, finde ich. Ähm, da sieht man dann aber auch, wie sich die Gesamtbevölkerung von Europa entwickelt hat. Also solche Sachen kann man da super gut dran machen. Und, ähm, ja, natürlich könnt ihr das auch mit dem Bruttoinlandsprodukt machen. Das würde ich euch als kleine Übung überlassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, von meiner Seite war's das schon wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao.